Hallo meine Kuschelkissen, hier ist wieder der Buh und ich habe euch ein längeres Video zur PEA versprochen. Ich weiß nicht genau, wie lange es wird und ob mein Greenscreen hier richtig funktioniert, denn ich bin mal wieder in ein anderes Studio umgezogen, beziehungsweise habe mein eigenes Studio umgestellt. Auf jeden Fall reden wir heute über die PEA, wie kam es zu dem ganzen Eklat und was ist jetzt eigentlich Phase? Wie im Greenscreen schon erwähnt, will ich euch einen kleinen Überblick geben über die ganze PEA-Geschichte. Die Professional E-Sports Association kommt aus Amerika, wurde am 8. September announced und ist ähnlich wie die Weser ein Zusammenschluss von Teams und einer Dachorganisation. Natürlich wurden auch die Spieler nicht vergessen, genauer zur Struktur gleich. Zunächst einmal die Teams, die daran teilhaben, das ist TSM, Cloud9, Complexity, Energy, Immortals, CLG und natürlich auch Liquid. Ihr seht also technisch gesehen, die größten Namen in Amerika sind vertreten. Ähnlich der Weser mit der Pro League von der ESL will auch die PEA eine Liga hosten. Eine 10-wöchige Season soll 500.000 Dollar ausspielen und zusätzlich gibt die Liga auch noch Prozente des Gewinns an die Teams ab. Dementsprechend können die Spieler genauso wie auch die Teams an der Liga bzw. dem Erfolg der Liga teilhaben. Und das sieht man auch an den Statements der Owner der Teams, die an der PEA teilhaben. Zum Beispiel Andi Din von TSM sagt, es ist Zeit für die Ligen, den Gewinn und strategische Entscheidungen mit den Spielern zu teilen. Und der beste Weg, das zu tun, ist es selbst zu tun. Die PEA ist ein Mittel zum Zweck, um zusammen mit den Spielern das zu gestalten, was man liebt. Das ist natürlich nur eine grobe Übersetzung. Im übertragenen Sinne heißt es, es ist Zeit für die Ligen, das zu teilen, was sie eben einnehmen. Denn ohne Spieler, keine Liga. Ohne Teams, keine Liga. Dementsprechend sollte es ein, ja eine Hand wäscht die andere System sein. Und natürlich kam dann auch die Frage auf, was sind die eigentlichen Ziele der PEA. Bei der Weser war natürlich das Geschrei sehr groß, oh Exklusivität, die wollen alle anderen abschneiden, sie wollen die Teams an sich binden und niemand anderen mehr spielen lassen und so weiter und so fort. Die Weser hat das relativ schnell dann geklärt und die PEA scheint zunächst aus den Fehlern der Weser gelernt zu haben. Sie sagen hier, und das war ein Tweet von TSM Reginald, also wieder von Andi Din, den ich gerade schon zitiert habe. Sie sagen hier, Also, nur um klarzustellen, wir haben keine Intention, eine exklusive Liga zu gestalten. Und arbeiten mit der ECS, also der Faceit Liga, an eine mehrere Jahre umfassende Vereinbarung. Schaut also ganz gut aus. Natürlich findet ihr in der Beschreibung auch alle relevanten Links, alle Tweets, die ich eingefügt habe und so weiter und so fort. Also ihr könnt das alles selber nochmal nachlesen. Aber wir sind noch nicht ganz fertig, denn jetzt kommt der Twist. Mit Macht kommt Verantwortung. Und Macht korrumpiert. Das wissen wir alle, vor allem als Deutsche wissen wir das wohl am besten. Und auch die PEA war nicht gefeit davor. Denn während der IEM Oakland, beziehungsweise im Oktober, November in dieser Zeitspanne, haben sich anscheinend die Organisations-Owner, also die Manager von Cloud9, TSM und so weiter, zusammengesetzt, um darüber zu reden, wie sie jetzt ihre erste Season, die im Januar starten soll, gestalten wollen. Und natürlich sind alle anderen Ligen, die in Amerika stattfinden, ein Dorn im Auge von jemandem, der viel Geld verdienen will. Wir haben es im Verlauf des letzten Jahres selber gesehen. Es kamen immer mehr Ligen, vor allem in der Tier-2-Szene kamen so viele Ligen, es gab so viele Matches die ganze Zeit. Es war eben übersättigt. Und um dieses Übersättigungsproblem in CSGO speziell zu lösen, dachte sich die PEA, hey, wir machen eine eigene Liga, aber wir lassen unsere Teams nicht mehr an der ESL Pro League, also an der EPL teilnehmen. Und das ist das Interessante. Die PEA redet mit der ECS und trifft eine Vereinbarung. Gleichzeitig sagt die PEA, wir wollen nicht mit der EPL konkurrieren und um nicht mit ihr konkurrieren zu müssen, soll die EPL, also die ESL Amerika sozusagen verlassen. Die Spieler haben das dann spitz bekommen und natürlich sofort Gegenmaßnahmen eingeleitet. Die Pro League ist einfach viel zu prestigeträchtig. Es gab schon mehrere Seasons, es gibt sehr viel Geld auch zu gewinnen und die Spieler gehen natürlich dann auch auf die erfahrenen Turniere eher. Vergleichen wir das mal mit der WESG. Die PEA, irgendwelche Teams, ja, irgendwelche, naja, also ich will jetzt hier niemanden zu nahe treten, aber die WESG ist vielleicht nicht das allerkrasseste Turnier, obwohl es eineinhalb Millionen Dollar zu gewinnen gibt. Und das eben aus dem Grund, weil die Teams und die Spieler eher den Organisationen vertrauen, die schon Turniere veranstaltet haben. Also jetzt haben die Spieler rausbekommen, die PEA will, dass wir nur in deren eigener Liga spielen, die Pro League aufgeben. Wir können zwar ECS noch spielen, aber Pro League ist No-Go. Und das gefällt den Spielern nicht, sie mögen die ESL Pro League, sie wissen, wie die ESL arbeitet, sie können sich da wirklich zu Hause fühlen. Also haben sich die Spieler zusammengefunden und einen Vorsitzenden ernannt, beziehungsweise einen Vertreter ernannt und das ist Sir Scoots. Scoots ist schon seit Jahren im E-Sports, ihr kennt ihn vielleicht von ein paar Desks, die er gehostet hat. Also er ist nicht nur Moderator, sondern er war auch Owner von Evil Geniuses. Die hat er dann irgendwann verkauft, soweit ich weiß, ist dann weiter in die Organisation, also in die Hintergründe eingestiegen des Pro Sports, zum Beispiel auch bei Olympia mit organisiert und so weiter und so fort. Also er kann wirklich, er kann das Problem also aus allen Blickwinkeln betrachten, sowohl von der Organisation her und auch von den Spielern her. Dieser offene Brief war nicht der erste, den die Spieler an ihre Manager und Organisation adressiert haben, aber es war der erste öffentliche Brief und der wurde am 22.12. herausgegeben. Und ich habe vorhin schon über die Struktur geredet der PEA, da kommen wir jetzt gleich noch im Detail drauf zu sprechen. Im Brief steht im Endeffekt drin, dass die Spieler nicht damit zufrieden sind, dass die Teams ihnen diktieren, wo sie zu spielen haben und wo nicht, obwohl es in ihren Verträgen natürlich drin geschrieben steht. Denn, und jetzt kommen wir zum Knackpunkt, die PEA hat ja von Anfang an gesagt, sie wollen gar nicht exklusiv sein. Jetzt also irgendwie so halb exklusiv, also nur die Pro League weg, die ECS bitte her, aber die Pro League auf keinen Fall und das kommt den Spielern ein bisschen komisch vor. Und das kommt auch teilweise von der Struktur der PEA. Sie haben sieben Sitze insgesamt, also sieben Sitze sind ungleich. Das heißt, es kann nie ein gleiches Stimmverhältnis geben. Und interessanterweise gehören drei dieser Sitze den Spielern, beziehungsweise den ernannten Spielervertretern. In dem Sinne sind das dann zum Beispiel Leute wie Tars, die dann eben der Sprachführer der Spieler sind. Zwei der Sitze gehören den Organisationen, beziehungsweise eben deren Vertretern. Und zwei gehören der PEA selbst. Jetzt überlegt mal, drei gehören den Spielern, vier gehören Leuten, die entweder mit der Organisation selbst zusammenhängen oder den Organisationen, die die Organisation gegründet haben. Ihr könnt euch also vorstellen, wie hier die Abstimmungen abgelaufen sein könnten. Sagen wir mal ganz theoretisch, es kommt der Vorschlag, hey Jungs, wir treten aus der EPL aus. Alle PEA-Teams dürfen in der EPL nicht mehr teilnehmen. Die drei Spieler sagen, hä, was soll das, wollen wir auf keinen Fall. Und die vier anderen Leute sagen, naja, wir sind von der PEA, wir wollen, dass unsere Liga viele Zuschauer kriegt, also ist das gut, dass die EPL rausfliegt. Und die zwei von den Organisationen sagen, ja klar, ist auch in unserem Sinne, denn wir kriegen Revenue Share von der PEA und damit auch wieder mehr Kohle. Die PEA war sich dessen bewusst und hat das speziell dafür eingeführt, um ein 3 zu 3 Verhältnis oder 4 zu 4 Verhältnis, eben ein Stalemate, ein Putt zu vermeiden. In ihrer Logik ist also es besser, eine Seite zu bevorteilen und dadurch zu verhindern, dass nichts mehr passiert. Sagen wir große Koalition zum Beispiel. Kommen wir nochmal zurück zur Storyline. Und zwar haben die Spieler eben spitzbekommen, dass die PEA die EPL verdrängen will, sprechen mit ihren Managern und ihren Organisationen darüber. Da kommt nichts raus. Die Spieler lassen einen öffentlichen Brief von SirSgoods verfassen und schicken den dann öffentlich an ihre Organisation und die PEA, um dann eben ihre Fans, die Community zu benutzen, um Druck auszuüben auf die PEA. Erschwerend kommt dazu, dass die Spieler keinerlei Ansatz für Gespräche zwischen EPL und PEA gefunden haben. Das war nicht der erste Brief, den die Spieler schicken ließen von SirSgoods. Am 7. Dezember wurde der erste an die Team-Owner geschickt, in dem eben Zweifel angebracht wurden an der PEA. Was ist das? Ja, was passiert hier? Wir brauchen eine Erklärung für die ganzen Gerüchte. Einen Tag später, am 8. Dezember, schlug die PEA der EPL einen Deal vor. Da, das hört sich doch gut an. Naja, der Deal war, dass die EPL sich eben aus Amerika zurückzieht und die PEA übernimmt. Und als die Spieler daraufhin gefragt haben, was gibt euch das Recht, uns zu sagen, wo wir spielen und nicht spielen können und dürfen, kam der Schlag ins Gesicht. Und zwar haben die Eigentümer der Organisation einfach gesagt, naja, er steht in euren Verträgen. So geht man also mit Profispielern um im E-Sports und so motiviert man sie natürlich zu Bestleistungen. Der öffentliche Brief wurde nicht von allen Spielern unterschrieben, aber zum Beispiel Spieler aus Energy hatten zu dieser Zeit schon den Shuffle unterwegs. Das heißt, nachdem Gobbe, Tapsen und Legia gegangen sind, war Energy praktisch auch kein Team mehr. Und das andere Team, das nicht vollständig unterschrieben hatte, war Complexity. Die haben das jetzt wohl noch nachgeholt. Also von 35 möglichen Spielern haben den Brief mehr als 25 unterschrieben. Und jetzt kommt der Knaller. Die PEA bekommt diesen Brief. Die Team-Owner kriegen dadurch natürlich auch Wind von den Spielern und deren Intentionen. Und am 23.12., einen Tag vor Weihnachten, müsst ihr euch auch mal vorstellen, zieht TSM Konsequenzen. Sie haben ja das Line-Up mit Sean Gers und Shazam zusammen. Und Sean Gers war schon immer bekannt als nicht nur sehr schön, sondern auch einer, der Grips hat, einer, der hinten auch mal Fäden zieht, einer, der sich eben Sorgen macht um das große Ganze. Und ihm wurde dann von TSM vorgeworfen, dass er die anderen Spieler davon überzeugt hätte, den Brief zu unterschreiben, obwohl sie gar nicht wussten, was wirklich drin steht. Und zusätzlich wurde ihm vorgeworfen, damit das Image von TSM geschädigt zu haben. Natürlich ist dieser offene Brief eine Art von öffentlicher Angriff. Die Mob-Bildung, ja, die Witch Hunt, ihr kennt das alles selber. Die Fans werden mit reingezogen und dadurch eben auch die Sponsoren von TSM. Es hat der Marke definitiv geschadet. Aber war das Sean Gers' Fehler? War es vielleicht seine einzige Möglichkeit? Die Fragen könnt ihr euch selber beantworten. Aber ich will einfach weitermachen in der Timeline. Und zwar fliegt Sean Gers raus. Danach sprechen ihm seine Spieler, seine vier Teammates, ihr Vertrauen aus. Öffentlich sagen sie, sie wurden nicht von Sean Gers beeinflusst und haben es aus freien Stücken unterschrieben. Damit natürlich ein riesiger Schlag für TSM bzw. Andy Dinn, eben Reginald, der seinerseits Tweetlongers veröffentlicht hat. Ich werde euch davon Ausschnitte hier einblenden und auch in der Beschreibung natürlich verlinken. Im Endeffekt hat sich das Sean Gers' Heckmeck am Rande dieses ganzen Eklats abgespielt, aber zeigt eben, wie schnell Teams, wie schnell Leute mit Dollars in den Augen die Reißleine ziehen. Aber die PA hat Zugeständnisse gemacht. Nach dem öffentlichen Brief haben sie sich nochmal zusammengesetzt, das Ganze überdacht und sich überlegt, naja, wenn die ganze Community gerade so krass gegen uns abgeht, vielleicht sollten wir uns das nochmal überlegen. Vielleicht sollten wir hier nochmal ein bisschen deeskalierend entgegenwirken. Und da hat Jason Katz, der Vorsitzende der PA, einen schönen Brief verfasst mit sechs Punkten, in denen er aufzeigen will, was die Ziele der PA sind und warum und weshalb. Er zieht in seinem öffentlichen Post Parallelen zwischen dem traditionellen Real-Life-Sport und auch dem E-Sport, zieht daraus dann wieder Schlüsse, warum die PA so handeln müsse, wie sie handeln will und tut und so weiter und so fort. Ihr könnt euch alles in der Länge unten durchlesen. Im Endeffekt kommt es darauf hinaus, dass er noch einmal sagt, die EPL kann gerne aus Amerika raus, die PA übernimmt. Er zeigt auf oder will aufzeigen, warum die PA die bessere Liga wäre. Seine Argumente hierfür sind eben der Revenue Share, also der Gewinn Share und das Preisgeld. Da die PA eine rein amerikanische Liga wäre, wäre natürlich das Preisgeld nur unter den amerikanischen Teams aufgeteilt worden. Was man bei der Pro League ja nicht genau sagen kann, denn bei der Pro League kommen ja sechs Teams aus Amerika, sechs Teams aus Europa. Wenn es dumm läuft, kann es sein, dass die Amerikaner mit den niedrigsten Preispools sich zufriedengeben müssen. Aber die EPL hat nicht geschlafen. Sie haben auf den Brief auch geantwortet. Und zwar gibt es jetzt von der Pro League eine Umsatzbeteiligung. Nicht Gewinnbeteiligung, sondern eine Umsatzbeteiligung. Das heißt, die ESL gibt, sagen wir jetzt mal, eine Million Dollar aus und sie nehmen eineinhalb Millionen ein. Bei der PA würden dann die halbe Million, die man Gewinn gemacht hat, aufgeteilt werden. Bei der Pro League sind das die ganzen eineinhalb Millionen, denn das ist ihr gesamter Umsatz. Damit hat man die PA auch wieder abgeklatscht. Aber nichtsdestotrotz kam eben dieser Brief von Jason Katz, in dem noch einmal gesagt wird, die ESL Pro League sollte sich aus Amerika zurückziehen. Die Argumente hierfür waren auch unter anderem, dass die PEA nicht rentabel wäre, würde die EPA gleichzeitig in Amerika stattfinden. Natürlich kann man sich seine Schedules auch zusammen timen. Man kann ja drüber reden. Hey, ihr nehmt Januar bis März. Wir haben dann April bis Juni. Und dann kommt die ECS. Und dann kommt unsere zweite Season. Oder was auch immer. Man kann ja drüber reden. Wollen sie offensichtlich nicht. Und damit gibt die PEA den Spielern ein Ultimatum. Entweder ihr spielt bei uns oder bei der Pro League. Im Falle der Entscheidung, dass sie in der Pro League spielen wollen, würde die PEA ihre Zelte in CSGO abreißen und das Geld lieber in ein Spiel investieren, das nicht so übersättigt ist. Ich denke, da kommt auch fast nur ein Spiel in Frage und das wäre Overwatch. Gigi. Ich würde an dieser Stelle gerne die Pro League zitieren. Und zwar Also auf Deutsch. Der Kompromiss, der von der PEA vorgeschlagen wurde, kam im Endeffekt darauf hinaus, dass die Pro League sich aus Amerika zurückzieht. Wir weisen dieses Angebot höflich ab. Also die Pro League gibt nicht klein bei. Damit hätte die PEA so oder so das Problem. Dann hat die Pro League eben andere Teams damit spielen. Aber gleichzeitig wäre es so oder so. Mit dem Ultimatum spielte die PEA den Ball an die Spieler. Sie gaben ihnen die Macht es zu entscheiden, obwohl in den Verträgen der Spieler drin steht, dass die Teams diktieren können, wo die zu spielen haben. Das ist eben die PEA, die klein bei gibt wegen dem Druck aus der Community. Und die Spieler haben abgestimmt. Sie haben sich alle dafür ausgesprochen, die Pro League zu spielen und nicht die PEA. Das heißt, von der PEA werden wir in CSGO wahrscheinlich nichts mehr hören. Oder zumindest wird es langsam aber sicher dann eben leiser und leiser. Und irgendwann werden sie vielleicht wieder versuchen zurückzukommen mit einem anderen Modell. Vielleicht einem gerechteren Modell. Das ist die Frage. Was denkt ihr jetzt davon? Was denkt ihr von dem Eklat? Sind die Spieler im Recht? Ist die PEA im Recht? Wie hat sich die ESL Pro League da verhalten? Warum erlaubt man die ECS trotzdem, aber nicht die Pro League? Ist da vielleicht böses Blut zwischen den Menschen? Zwischen den Individuen? Ihr seht also, der Kampf um das größte Stück am CSGO-Kuchen geht weiter. Nachdem letztes Jahr schon Wetten verboten wurden, gibt es jetzt den Kampf um die verbleibenden Zuschauer, um die verbleibende Macht auf dem Markt. Und für mich ultra interessant. Vielleicht release ich dann nochmal meine eigene Meinung. Ich denke, ihr habt es schon ein bisschen durchgehört. Vielleicht so die ein oder andere sarkastische Spitze mitbekommen. Ich hoffe, ihr nehmt mir meine Meinung nicht zu krumm, die ich ab und zu eben einfließen habe. Wie gesagt, ich ermutige euch, alles nochmal selber durchzulesen. Macht euch vielleicht selber nochmal eine Timeline. Ich werde sie vielleicht nochmal selber auch posten. Aber sowas hilft immer extrem, sich seine eigene Meinung zu bilden. Und ich finde, so ein wichtiges Thema sollte man auch nicht einfach mit einem langweilig abstempeln. Denn wir werden sowas höchstwahrscheinlich immer und immer wieder bekommen. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig für euch. Ich habe es versucht, ein bisschen aufzupappen mit der einen oder anderen Grafik eben. Aber es ist ein Thema, über das wir reden müssen. Es ist trocken, ich weiß. Aber es ist extrem wichtig. Beschäftigt euch in eurer Freizeit auch mit den wichtigen Themen hinter den Spielen. Denn wir sind eine Community und zusammen sind wir stark. Und wenn Richard Lewis und Thorin mit ihrem Ich ramble eine Stunde lang über ein Thema und ich cutte nichts und ich drücke Start und Stopp und klopp, dass auf YouTube so hohe Videos erfolgreich sein können. Warum sollte das nicht auch bei uns klappen? Ich danke euch für euren Support, fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen hoch da, wenn ihr der Meinung seid, dass die Arbeit sich gelohnt hat. Und natürlich gebt mir eure Meinung in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald. Vielen Dank.